Heute Abend, 19 Uhr, live auf Twitch, Brennerchen Blaze. Es gibt wieder einen neuen Livestream und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Link findet wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich denke, so ein, zwei Stunden wird lässig geclashed. Ich gehe auf eure Fragen ein, wir schauen uns ein paar coole Angriffe und Verteidigungen aus dem letzten Clan One. Ich freue mich auf alle Fälle auf euch. Bis später. Ciao.